Leute, ihr wollt wissen, was Entertainment ist. Ne, ihr wollt Entertainment sehen bei YouTube. Ihr wollt was Außergewöhnliches sehen. Es wird was Neues geben auf meinem Kanal. Neues Format. Und der eine oder andere wird es sicherlich von mir nicht gewohnt sein. Ich kann nur sagen, es wird ruhiger werden auf meinem Kanal. Und gleichzeitig sehr laut. So beides. Und naja, ich mach's jetzt nicht allzu spannend. Ihr werdet sehen, was dann passiert. Ich werde die Aufmerksamkeit von mir zu Dingen lenken, die wirklich meine ganze Aufmerksamkeit bekommen. Was das sein wird, das werdet ihr dann sehen. Seid gespannt bei meinem neuen Projekt, für dass ich einen Namen finde. Ich werde einen Namen finden für dieses Projekt. Ihr seid mit dabei. Robert, komm mal kurz her. Ich weiß ja nicht, was ihr sagt, aber Reini, er redet ganz schön viel. Ja, und nicht umsonst. Ah, das ist dein neues Projekt, Leute. Ne, ne, mein neues Projekt hat gar nichts mit reden zu tun. Ach so. Seid gespannt. Seid gespannt. Ach so, was ich noch sagen wollte. Ach so, was ich noch sagen wollte. Ach so, was ich noch mal geht. Ach so, was ich noch nicht. Ich bin mir gerade noch từ H realised. Vielen Dank.